Herzlich Willkommen zurück. Wir gehen es jetzt an. Wir sind Picobello ausgerüstet, hoffe ich halt. Normalerweise müsste es passen, was wir da haben. Warte mal, gab es ja nicht ne... Wozu braucht man eigentlich ein Gehstock? Ich wollte nur schauen, Drachenjägerarmbrust, ne? So. Aha, da fehlt noch ein bisschen Stärke, ist ja wurscht. Da Geschicklichkeit, wo ist der Bogen, äh, die Armbrust, soll ich sagen. Halt, da fehlt die Klinge. Wo ist die Klinge jetzt hin? Wir können sie tragen. Unsere Erzdrachentöter-Waffe. Wir können sie tragen. Vielleicht kann man sie ein bisschen sehen. Nein, ne? Warte. Nein, geht nicht gut. Ist wurscht. Wir müssen die Stufen hier hochklettern. Ich werde auch gleich unseren Dämon dann beschweren, genau. beschwören müssen. Äh, ich hoffe halt, dass wir noch einen haben. Ja, perfekt. Auf der 7. Dass er ihn vielleicht ein bisschen ablenken kann. Ach ja, ich brauche Mana. Und dann hoffen wir das Beste, dass wir diesen Bastard recht gut besiegen können. Ähm, ich brauche... Ich sehe gerade, ich habe noch keine... Kein Flammenschutz an. Hier. Magie. Ich brauche Flammenschutz. Nein. Flammenschutzfeuer. Da. Und hier eben so. So. Jetzt sind wir recht gut ausgerüstet. Hui. Bleib uns nur noch hoffen und beten. Sozusagen. Dass das jetzt ein gutes... Tja. Mana vergessen. Dass das Ganze ein gutes Ende für uns nimmt. Hm. So, das müsste reichen. Ich werde... Hoppala. Ich werde auch noch schnell Licht machen. So. So. Der Dämon ist ausgerüstet. Speichern tun wir auch noch einmal. Und dann gehen wir es an. Auf zum großen Finale. So. Der Dämon kriegt schon aufs Maul. Wir müssen unsere Waffe ziehen. Jawohl. Na, du musst näher ran. Uli. Was machst du denn mit der Armbrust? Ich kriege da kein... Ich kann... Ich kann ihn nicht schauen. Das geht gerade nicht. Ich kann ihn nicht schaden. Das ist alles, was... Wir da Schaden machen. Das ist alles. Mehr ist da nicht. Mehr ist da nicht. Und das soll man ohne Freunde schaffen. Er ist wieder gesund. Ha. 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 Jawohl. Das ist ja nur minimaler Schaden, den wir da machen. Wie soll denn das bitte gehen? Mein Auge juckt. Oh je. Ich habe mich ja... Ich habe mir eingebildet, dass unsere Burschen uns da helfen werden. Aber das war ja ein... Das war nicht der Fall. Was mich gerade irrsinnig ärgert, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ärgert mich nämlich gerade wirklich. Und die Klinge ist sowas von schwach. Bin ich gerade voll schockiert. Und natürlich fliegt er wieder durch die Gegend. Dieser Bastard von Drachen. Und wir kriegen schon voll eine aufs Maul. Ich sehe halt auch nichts, ne? Es ist so dunkel hier. Ich habe mir gedacht, wir kriegen da totale Unterstützung von irgendwem noch. Dem... Ja, komm. Hallo. Bitte heilen. Du dich sollst. Ne, das kannst du vergessen. Da passiert nichts. Hahaha. Das kann ich schon vergessen. Waffe ziehen. Natürlich. Magie braucht man immer. Wo bist denn du? Wenn ich die roten Augen hätte, würde ich gar nicht wissen, wo der ist. Ne, keine Chance. Das können wir so, wie sie ist, vergessen. Nö. Ne. Oh je. Ach schade. Ich habe gehofft gehabt, dass ich das jetzt noch hinkriege. Das wäre so ein schönes Ende gewesen. Das ist halt wieder ein Lucky Try, ne? Tja, aber ich hasse Lucky Trays. Ich habe auch keine Zeit, da jetzt zwölf Stunden herumzusitzen. Aber ehrlich gesagt, mir ist es schon wurscht. Lauf endlich hin. Oh. 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 Wieso trifft er mich jetzt? Du blödes Scheißviech. Du dreckiges. Na. Komm. Geh sterben. Bitte. Ja. 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 Gewonnen. Fick dich ins Knie. Ist ja wahr. Alter. Mist. Fick dreckiges. Ola. Ola. Ja, schau, wer da ist. Jetzt taucht er auf. Da gesagt er es, ne? Was macht er da? Alter, der hat gerade die Kraft. hat er gerade die Seele des Drachen in sich aufgesogen? Stufe aufgestiegen. Hurra. Wir haben es geschafft. Wir haben den Endgegner besiegt. Moment. Wo sind wir hier? Ach da. Können wir den nicht looten? Wartet mal. Licht wäre nicht schlecht. Ich mache da jetzt noch Überlänge, weil es eben jetzt zum Finale-Dings jetzt ist. Das gibt es ja nicht. War, war, äh, Speicher natürlich, ne? Dat wär nicht schlecht. Was hat denn Xara's da jetzt, alter Frechheit? Aber schön, der Drache ist hin. Ich freu mir. Ich freu mir. Da, 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 da. Wir haben es geschafft. Das blöde Viech ist hin. Kann man es looten? Tatsächlich Drachenblut. Drachenschüppelchen und Seele eines umtoten Drachileins. Die Seele sogar, ne? Nicht das Herz, sondern die Seele. Na, fein. Ach so, warte, gibt's da hinten noch irgendwas? Ein Schatz, einen Hort, irgendwas? Schauen wir mal, oder? Wow. Oh. Wie? Und da, der Ork. Stieb weg. Alter. Das ist alles so finster. Da ist auch jemand. Aha. Gut, dass wir da nicht lang gelaufen sind. Dann werden wir fix gestoppt. Wow. Da ist nichts zu holen. Muhaha. Wir sind die Größten. Wir sind die Größten. Äh, wo kommt da jetzt jemand? Ah, da ist was. Mal schauen, ob da eigentlich was drinnen ist, ne? Äh, was ist denn das bitte? Ich seh gar nix. Wo sind wir denn hier? Ich brauch ne Fackel. Was ist denn das jetzt schon wieder? Äh, nein, kein Kochlöffel. Fackel bitte. Die Fackel finden ist immer so ne Geschichte, ne? Fackel? Hallo? Wo ist denn die Fackel? Haben wir keine mehr. Ah, da. Meine Güte. Na, die hilft mir auch nicht viel. Wo geht's denn da bitte lang? Zu einer Sackgasse. Das war's. Toll. Ich seh gar nix. Da ist komplett schwarz. Nein. Ich hau da jetzt ab. Nachdem es hier kein Hort gibt scheinbar. Der, ähm, das, welcher der Drache hier da. Und so. Hau ich da jetzt ab. So schwach das Licht, ne? Also, wir hauen ab. Hurra, hurra. Der Drache ist tot. Jibbi. Hurra, hurra. Juhu. Da freuen wir uns. Aber das Mixaras gefällt mir grad nicht. Warum hat er... Beziehungsweise, was hat er da mit dem Drachen gemacht? Der Schlingel. Juhu. Hurra. 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 Wir haben's geschafft. Hurra, hurra, hurra. Wir haben's geschafft. Lala. Hm, hm. Tara. Äh, Moment. Sprint, Trank und so, ne? Wenn wir ihn schon haben. Den letzten. Ähm. Naja, zur Feier des Tages laufen wir unseren Siegesweg zurück. Und wenn der Part jetzt ne Stunde dauert, dann dauert er ne Stunde. So, Moment mal. Läuft's jetzt schneller? Warte, wo kommst denn du jetzt her, Diego? Hey. Es ist vorbei, wir können wieder, wir können uns verdrücken. Es ist vorbei, wir können uns wieder verdrücken. Jetzt schau dir das an. In meinem ganzen Leben hab ich noch nicht eine solche Anlage gesehen. Wie hast du's nur geschafft, an diesem Ding vorbeizukommen? Ich hatte Glück, schätze ich. Wenn du das sagst. Was wirst du nun tun? Gute Frage. Ich denke, ich werde erst einmal nach Korinis zurückkehren. Oh, vielleicht übernehme ich ja auch einfach nur Bromors Geschäft. Damit ist immer Geld zu machen. Ehrliches Geld. Geh nun zum Kapitän und lass uns hier verschwinden. Ja, nix lieber wie das. Boah, was hab ich jetzt mit dem Trank gemacht? Hab ich den jetzt gar nicht getrunken? Hab ich den weggeschmissen aus Versehen oder was? Hä? Wurscht, dann laufen wir halt so zurück. Hilft dir nix. Wenn er's nicht mag, wahrscheinlich ist ihm schon schlecht, flauter Tranksaufen. Ich würd's verstehen. Ich würd's verstehen. Ich würd's wirklich verstehen. So, Sesam, öffne dich. Nein, da lang. Sehr schön, wir haben's hingeverkelt. Wir haben es wirklich geschafft. Oh, schau, Milden. Burschen, was macht ihr denn hier? Jetzt auf einmal. So, jetzt ist Schluss. So, jetzt ist Schluss. Der Tempel ist entmachtet. Wie schaffst du das eigentlich immer? Hm? Das weiß ich auch nicht. Werden wir jemals zur Ruhe kommen? Verdient hätten wir es jedenfalls. Na komm, mein Freund. Ich glaube, du brauchst jetzt erstmal eine Mütze Schlaf. Geh am besten gleich zum Kapitän und lass uns ablegen. Gern. Sammeln wir unsere Freunde ein. Weil das ist nämlich die Geschichte, die ich gerade vermisst habe. Weil normalerweise, als ich weiß, als ich den Zweierteil gespielt habe, ohne Nachtesrahmen, DLC, sind hier an gewissen Stellen einfach so unsere Freunde aufgetaucht und haben uns geholfen. Aber das war hier jetzt nicht der Fall, was mich sehr gewundert hat. Auch hier, genau da, wo Lester steht. Mit dem Rätseln und so. Hey, Lester. Wir sind hier fertig. Wir sind hier bald wieder weg. Meine Kopfschmerzen sind wie weggeblasen. Wie hast du das angestellt? Ich habe den Feind vernichtet. Es muss etwas sehr Mächtiges gewesen sein. Was war es denn nun genau? Ein untoter Drache. Hoffentlich passiert so etwas nie wieder. So viel Sumpfkraut gibt es gar nicht, wie ich jetzt gerne rauchen würde. Ich hätte sogar was dabei. Also Kraut halt. Du müsstest dir nur noch was drehen. Ah, Anga. Hallo. Du hast es überstanden. Du hast es überstanden. Können wir jetzt endlich hier wieder weg? Ja. Der Feind ist vernichtet. Dann lass uns keine Zeit mehr verlieren. Geh zum Kapitän und sag ihm, dass er ablegen soll. Was wirst du jetzt tun? Vielleicht werde ich mich aufs Land zurückziehen und Farmer werden. Ich bin des Kämpfens müde. Das glaube ich dir. Hättest du ja auch verdient. Ganz ehrlich. So, da hinten wird wohl keiner stehen, oder? Dass wir ja nicht irgendwie Gorn oder so verpassen. Oh, warte. Da sind tatsächlich extra nochmal drei Truhen gewesen. Ich halte es nicht aus. Ich habe gedacht, das sind dieselben. Ich meine, das ist jetzt eh wurscht. Warte, wie habe ich angefangen? Ich meine, das ist eh komplett egal jetzt, aber was wäre denn drin gewesen? Nur so zum Spaß halt, ne? Nehmen wir es mit. Wenn wir schon da sind. Ich glaube, ich bin da. Ja. Okay, nur Kleinigkeiten. Ist ja schlimm. Voll übersehen war dann hier doch noch was. Und ich habe gedacht, das waren die Truhen, die wir schon ausgeraubt haben. Und ich habe gedacht, die Echsenmenschen, die da die Truhen bewacht haben, wären ein Bug gewesen. Ne, ne. War nicht so der Fall. So. Ja, jetzt bleibe ich da hängen. Ist logisch, ne? So, la la la. Hier drüben steht, glaube ich, niemand. Boah, es blendet gerade bei mir irrsinnig. Ich müsste beim Fenster mal wieder die Rollos runterlassen. Ah, wir haben es eh gleich geschafft. Wir haben das gleich geschafft. So, jetzt müsste irgendwo noch unser lieber Gorn sein. Und wer fehlt noch? Maximal noch Lares. Oder Li. Nein, Li bewacht das Schiff. Doch, tatsächlich. Li. Hi. Wir können weg von hier. Wir können jetzt wieder aufbrechen. Der Feind ist tot. Sehr gut. Dann sag dem Kapitän, dass er ablegen soll. Du bringst mich doch noch zum Festland, oder? Ja. Korinus wird auch ohne dich auskommen. Dann kann ich endlich meinen lange antizipateten Kürtese-Kluss auf den König. Ich habe lange darauf gewartet. Was meinst du? Sollte es sich am Ende doch noch bezahlt gemacht haben, Geduld zu bewahren? Geduld und die passenden Argumente. Ja. Ohne ein bisschen Waffengewalt geht es nicht. Es war mir eine Ehre, mit dir in die Schlacht gezogen zu sein. Mögen sich unsere Wege auch nach diesem Abenteuer irgendwann einmal wieder kreuzen. Das wird auf jeden Fall der Fall sein. Wir werden dir sogar bei etwas helfen. Bei etwas ganz Besonderem helfen. Wir werden dir etwas überlassen, was uns eigentlich geschichtlich gesehen zustehen würde, glaube ich. Aber ich habe mich damals dafür entschieden, dieses Amt B zu geben. Kenner von Godic 3 wissen vielleicht, was ich meine. Es geht da um einen recht hohen Posten im Amt. So, ja. Oder war Gorn da vorne? Ich kann es mir nicht mehr... Ich weiß es nicht mehr. Alle, hopp. Na, fein. Auf jeden Fall, wir haben es geschafft. Jetzt kommt da nur noch das letzte Video. Glaube ich, ein Video gibt es noch. Und dann sind wir schon beim Endscreen. Und dann sind wir... Endscreen sage ich. Bei den... Äh, beim Schluss halt. So wollte ich sagen. Halt. Nein, nicht Schwert. Hallo Gorn, Bubi. Wir sind hier fertig. Du bist beim Schiff geblieben? Klar. Stell dir vor, es wäre jetzt nicht mehr da. Was passiert denn jetzt noch? Gar nichts mehr. Ich will nach Hause. Haha, nach Hause? Wo ist das? So wie ich dich kenne, gibt es so etwas für dich? Ich mache dir einen Vorschlag. Wir stürmen die nächste Taverne und werden uns erstmal sinnlos besaufen. Hm. Vielleicht. Hey! Komm wieder runter, Mann! Es ist vorbei! Hier gibt es nichts mehr zu holen für uns. Sag dem Kapitän, er soll das Schiff klar machen. Mach mal. Mach mal, alter Freund. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass unser Zuhause nirgendswo geringer als Myrthana sein wird. Torloff, wir sind fertig. Ich habe den Feind eliminiert. Ich habe auch nichts anderes erwartet. Wie sieht's aus? Können wir jetzt endlich abhauen? Nichts lieber als das. Und der Mensch erschlug das Tier und es ging ein in Belias Reich. Xardas. Was genau ist im Tempel von Irdorath passiert? Du hast mit Innos Hilfe den Avatar des Bösen besiegt. Und ich habe seine Macht in mir aufgenommen. Seit ich den Kreis des Feuers verlassen habe, hatte ich nur dieses eine Ziel. Was mir im Tempel des Schläfers verwehrt blieb, ist nun endlich geschehen. Belia hat mich erwählt. Aber ist nicht der Ernst. Jungs, wir haben ein Problem. Dann gehorchst du jetzt dem Gott der Finsternis? Nein, ich gehorche genauso wenig Belia, wie du Innos gehorchst. Nicht einmal die Götter wissen, was das Schicksal für uns bereithält. Und ich beginne gerade erst zu begreifen, welche Möglichkeiten sich mir eröffnen. Aber eins steht fest. Wir werden uns wiedersehen. Oh ja. Das werden wir. Na fein. Und so segeln wir Richtung Sonnenuntergang. Meine Lieben, wir haben es geschafft. Wir haben die Welt abermals vor Belias Scheren gerettet. Vor dem Untergang. Somit dürfen wir uns nun ausruhen. Neue Länder entdecken. Neue Abenteuer bestreiten. So auch dann im nächsten Part. Wie gesagt, ich schaue jetzt dann noch nach, wie ihr euch entschieden habt. Ich werte das mal aus. Die Mehrheit gewinnt, ist ganz klar. Also ob Rotich 3 oder Risen 1, das liegt bei euch. Wenn ihr unschlüssig seid, wenn es ein Unentschieden gibt, wird das Los gewinnen. So einfach machen wir das. Und sollte sich niemand melden, ja, dann wählt auch das Los. Ganz einfach. Ja. Fazit zum Spiel, ne? Wäre mal nicht schlecht. Wie gesagt, wie schon so oft gesagt, Gotik 1, Gotik 2 und das DLC Nachtesraben zu Gotik 2 gehören zu einem meiner Lieblingsspiele. Ich, ähm, wie gesagt, gehöre zu einem meiner Lieblingsspiele. Ich habe noch viele mehr. Ähm, trotzdem muss ich sagen, für so ein doch altes Spiel, muss ich ehrlich sagen, es hat so toll, so eine tolle Atmosphäre. Man, vom 1er her weiß man eh, ne? Man fühlt sich wirklich so als, als Knastbruder sozusagen. Auch der raue Umgangston, der hier auch nicht uns verschont bleibt. Es ist halt, Männer reden anders, als wir Frauen untereinander. Und ich muss sagen, ich kann dem nichts Negatives beisteuern. Mir gefällt's. Mir gefällt's richtig gut. Ich mag das Spiel, ich mag die Reihe. Wie gesagt, ab dem 3er bin ich mir nicht so sicher, ähm, wie so viele andere meiner Gotik-Fans, sag ich mal, wo ich selber ja auch einer bin. Wir waren doch schon sehr, schon enttäuscht vom 3er. Wir haben uns da eine gute Fortsetzung gewünscht. So im Stil von Risen 1, würde ich jetzt mal ganz frech behaupten. Also aus meiner Sicht, aus meiner Sicht, ja. Ähm, und ich muss ganz ehrlich sagen, als ich Risen 1 gespielt hab, das war vor circa einem Jahr, hab ich erst mitbekommen, dass Piranha Bytes nicht spurlos verschwunden sind, sondern dass sie Risen produziert haben. Ja, schlecht, ich weiß, schlecht. Aber ich musste sofort den Einzelteil spielen und das war für mich ein Gefühl des Nachhausekommens. Vertrautheiten, auch im Kampfsystem, wunderprächtig. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ja, Gotik 3 hat definitiv Sachen dabei, die auch Spaß machen. Mir persönlich, mir persönlich gefällt, ich muss mal ein bisschen leise drehen hier. Mir persönlich gefällt sehr gut, dass man Ruhe farmen kann für die Fraktionen, für die Dörfer, für die Städte. Gefällt mir irrsinnig gut. Aber das Ende, ich weiß nicht. Man ist jetzt schon so einen uralten Tempel gewohnt mit einem richtig fiesen Mistsack als Endgegner. Wieder einer von Belia, wenn ich gerade Belia selber sogar mal. Und dann, ja, verlässt man einfach so die Welt. Aber ich muss sagen, die Welt von Myrthana ist irrsinnig groß. Wir sind überladen. Wir müssen was von dem Gold über Bord werfen. Finger weg von dem Gold. Hör zu, es wäre wirklich besser, wenn wir... Ich will nichts mehr davon hören. Ich habe gehört, der Krieg mit den Orks steht schlecht. Und? Wir werden das ganze Gold vermutlich nirgendwo ausgeben können. Das Gold bleibt an Bord. Was nützt uns das Gold, wenn wir beim kleinsten Sturm kentern? Ich sehe aber keinen Sturm. Noch nicht. Entspann dich. Alles wird gut. Ach, schön. Wunderbar. Schön. Also dann, ihr Lieben. Wie gesagt, ich bedanke mich sehr fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Ich werde jetzt schauen, wie ihr abstimmt. Wie wir abstimmen. Was das Los zur Not entscheiden wird. Doch ich muss ganz ehrlich sagen, mir wäre es schon lieb, wenn wir dann bei Gotik 3 weitermachen könnten. Einfach nur Geschichtsreihenfolge mäßig sozusagen. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich will das 4er mir auch gern anschauen. Ich habe es noch nie gespielt. Gotik 4. Und ich möchte einfach wissen, wie es da jetzt mit unserem derzeitigen Helden weitergeht. Und ob wir vielleicht auch jemanden Neuen kennenlernen werden. Naja, egal. Jedenfalls schauen wir, wie es weitergeht. Also dann gleich morgen. Und somit bedanke ich mich abermals. Viele, 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 viele Male. Für euer Durchhaltevermögen. Für die vielen Tipps. Für alles einfach. Fürs Dabeisein. Fürs Zuschauen. Fürs Zuhören. Meine Fails zu ertragen, ist auch nicht immer leicht. Das weiß ich selbst auch hier. Trotzdem, wie gesagt, es ist ein tolles Spiel. Ich freue mich, dass wir es geschafft haben. Dass wir das DLC geschafft haben. Dass wir so ziemlich alles erledigt haben, was zum Erledigen war. Wie gesagt, zu 100% ist auch nicht mein Ziel. Das wollte ich auch nicht anstreben. Ich wollte einfach hauptsächlich die Geschichte durchbringen. Da mir persönlich die Geschichte auch sehr gut gefällt. Und somit, wie gesagt, freue ich mich aufs nächste Projekt. Was auch immer es dann werden wird. Bis dahin wünsche ich euch alles Liebe, alles Gute. Habt viel Spaß. Vor allem, was ihr anstellt. Und wir hören uns bald wieder. Tschüssi. 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 Vielen Dank.